Postwetten hier, die wieder in Führung gingen. Aicicek, Aicicek! Eine Energieleistung, ein Solo von Levin Aicicek. 3-1. Den Nutzen hier, sich jede bietende Chance. Das ist erstaunlich. Und das ist bemerkenswert. Levin Aicicek, der schon der Qualifikation zur EM traf. Viermal. Und nun trifft er hier gegen alle. Setzt sich da durch. Und dann noch der knallarte Abschluss von Levin Aicicek. Den Ball trifft er richtig gut. An einem richtig guten Tag hält den Walter Chavez auch. Es ist sein sechstes Juniorenländerspieltor. Levin Aicicek von Werder Bremen.